Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast. Mein Name ist Bastian, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und freue mich darauf, heute wieder mit euch ein wenig über die Ernährungspsychologie quatschen zu können. Heute zum Thema achtsames Essen für Fortgeschrittene. Und ich habe mir ehrlich gesagt da Gedanken über den Titel gemacht wirklich diesmal und habe ganz bewusst dieses Wort Fortgeschrittene da reingebaut, weil ich glaube, dass man die Basics des achtsamen Essens so ein bisschen schon für sich entdeckt haben muss, um das zu verstehen, was ich heute mit euch bespreche. Vielleicht irre ich mich auch komplett, vielleicht ist das auch etwas, was jeder nachvollziehen kann, aber ich muss sagen, hätte man mir das vor ein paar Jahren gesagt, ohne dass ich mich jemals mit dem achtsamen Essen auseinandergesetzt hätte, wäre das für mich wahrscheinlich ein bisschen Suspekt und ich hätte das so gar nicht für mich annehmen können. Und ja, deswegen glaube ich, ist es hilfreich, wenn man sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, so mit den Basics, da habe ich auch schon so einige Folgen zu aufgenommen, verlinke ich euch auch gerne nochmal in den Shownotes. Das heißt also, man sollte irgendwie grob wissen, achtsames Essen bedeutet, dass Essen wieder eine alleinige Aktivität werden soll, dass man sich nicht ablenkt, dass man bewusst ist, dass man genießt, Pausen einlegt und ja, dass Essen wieder als etwas ganz Großem werden lässt. Und dadurch kommt es dann zu so einigen Erkenntnissen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich recht früh bemerkt habe, dass ich durch das achtsame Essen viel intensiver wahrnehme, wann ich überhaupt satt bin. Was dazu geführt hat, dass ich dann ja rechtzeitig aufgehört habe zu essen, weil mein Körper mir gesagt hat, hey, das ist genug, während ich vorher mal nur alles kopfgesteuert entschieden habe. Und ja, dadurch habe ich, wie gesagt, weniger gegessen, was ich jetzt mal so als quantitative Erkenntnisse betitel, also Quantität, die Menge, hat sich dadurch so ein bisschen verändert. Aber, und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, es kommt auch zu qualitativen Veränderungen oder Erkenntnissen, je nachdem, wie man das nennen möchte. Das heißt, es kommt auch zu Veränderungen bei der Lebensmittelauswahl. Also nicht nur zu Veränderungen bei der Frage, wie viel isst man, sondern auch, was isst man. Und das hat aber bei mir erst so ein bisschen später eingesetzt. Und ich weiß auch von einigen Coaches von mir, dass es da auch ein bisschen gebraucht hat, bis sie diese Erkenntnisse so in dem Sinne hatten. Aber ich finde es super, super, super spannend und will das heute deswegen gerne mit euch teilen und hoffe, dass jeder da irgendwie so einen Bezug zu haben kann, auch wenn er sich vielleicht noch nicht mit dem achtsamen Essen so auseinandergesetzt hat. Ich kann es euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Wenn das noch eine Baustelle bei euch ist, hört euch gerne die Folgen, die ich in den Shownotes verlinkt habe, an. Es ist wirklich etwas sehr, sehr, sehr Hilfreiches. Und welche qualitative Erkenntnis das jetzt für mich war und wie ich die jetzt in meinem Essverhalten quasi berücksichtige oder wie das mein Essverhalten verändert hat, dazu kommen wir gleich. Zunächst möchte ich euch aber auch nochmal den Sponsoren der heutigen Folge vorstellen. Dabei handelt es sich um Blinkist, eine meiner absoluten Lieblings-Apps, die bei mir wirklich momentan fast täglich zum Einsatz kommt, einfach um mich selbst zu inspirieren, unter anderem auch für den Podcast, aber auch generell so zur Weiterbildung. Und Blinkist ist, ja, eine App, wie ich schon sagte, die die Kernaussage von ganz vielen, die haben über 3000 Sachbücher in dem Repertoire, genau, von Sachbüchern zusammenfasst auf die Kernaussage, sodass man die Möglichkeit hat, den Inhalt von Sachbüchern in jeweils nur 15 Minuten aufnehmen zu können, entweder indem man es liest oder die haben auch die Möglichkeit, dass man es sich anhören kann. Und das nutze ich persönlich wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe mir jetzt gerade zuletzt den Blink, also die Zusammenfassung des Buches Der Marshmallow-Effekt angehört. Das ist vielleicht ein Buch, das euch auch interessieren könnte. Und zwar geht es um das Experiment, dass Kleinkindern ein Marshmallow vorgesetzt wurde und ihm gesagt wurde, wenn man es schafft, eine bestimmte Zeit diesen Marshmallow nicht anzurühren, also ich glaube, das waren ein paar Minuten, dann bekommt man einen zweiten Marshmallow. Und so wurde dann die Willensstärke in Bezug aufs Essen getestet, also wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch, das ich euch empfehlen kann. Und ihr könnt euch die Zusammenfassung, wie gesagt, auch bei Blinkist anhören oder durchlesen. Und das Ganze könnt ihr auch erstmal völlig kostenlos testen. Und wenn es euch dann zusagt, dann könnt ihr exklusiv als Hörer meines Podcasts einen Rabatt von 25 Prozent auf das Jahresabo bekommen. Dieses Angebot könnt ihr euch sichern unter www.blinkist.de. Und Blinkist schreibt man dabei B-L-I-N-K-I-S-T. Also sichert euch das Angebot und hört euch die Zusammenfassung von diesem Buch an. Ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Und außerdem gibt es auch noch ganz viele andere Kategorien, auch Psychologie, Ernährung, aber auch ganz andere Dinge wie Politik und Geschichte und so weiter. Also testet es gerne mal aus und ich hoffe, ihr habt Freude damit. Kommen wir wieder zurück zum achtsam Essen fortgeschrittene bzw. mit meiner, wie ich es genannt habe, qualitativen Erkenntnis, die mein Ernährungsverhalten dann doch nochmal ein wenig verändert hat, weil ich einfach ja nicht nur die Erkenntnis hatte, sondern es auch umgesetzt habe. Und das ist dabei ganz wichtig, denn wenn ich jetzt gleich die Erkenntnis mit euch teilen werde, dann werden vielleicht einige denken, ja natürlich, das war mir doch schon immer klar. Also das ist jetzt keine so weltbewegende Erkenntnis, sag ich mal. Aber das Bewegende kommt auch erst dann, wenn man es tatsächlich umsetzt und diese Erkenntnis dann tatsächlich auch zu Veränderungen führt. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Erkenntnis einmal Trommelwirbel. Essen schmeckt besser, wenn man hungrig ist. Wie gesagt, das könnte jetzt erstmal ein bisschen unspektakulär klingen, wenn man sich so denkt, okay, das ist jetzt nichts so krass Bewegendes, aber wir werden das Ganze jetzt einmal so ein bisschen aufbröseln. Wir werden jetzt einmal hinterfragen, warum das denn überhaupt so ist und warum das Sinn macht und was man sich denn jetzt aus dieser Erkenntnis herausziehen kann quasi für sich selbst und welchen Einfluss diese Erkenntnis dann aufs Ernährungsverhalten hat. Deswegen wartet ab, seid nicht zu voreilig. Ich bin mir sicher, ihr werdet trotzdem ein Aha-Moment hier in der Folge noch haben. Zuallererst habe ich mich erst mal mit der Fragestellung auseinandergesetzt, ob es denn nur mir so geht, ob das vielleicht einfach nur eine subjektive Wahrnehmung ist oder ob es tatsächlich allen Leuten so geht, dass das Essen besser schmeckt, wenn man hungrig ist. Und da musste ich relativ schnell feststellen bei der Recherche. Das geht nicht nur mir so. Es gibt da ganz viele Studien dazu, dass die Geschmacksknospen empfindlicher werden, wenn wir hungrig sind, dass wir intensiver riechen und auch Lebensmittel größer wahrnehmen. Also wenn wir dann irgendwo etwas zu essen sehen, dann nehmen wir das optisch tatsächlich größer wahr, weil wir das so sehr fokussieren, weil alles in uns quasi darauf gepolt ist, dass wir jetzt etwas zu essen brauchen. Also da kann ich definitiv antworten, nee, es geht nicht nur mir so. Es geht ganz vielen, beziehungsweise allen Leuten so. Und da gibt es auch ganz viele Sprüche, zum Beispiel Hunger ist der beste Koch. Also wenn man hungrig hat, dann schmeckt das Essen am besten. Ja, also das ist definitiv etwas Allgemeines und nicht nur meine subjektive Wahrnehmung. Kommen wir jetzt aber zu der großen Frage, wer mich kennt, der weiß, ich nehme Dinge nicht immer einfach so hin und bumms, sondern ich frage immer so ein bisschen, woher kommt das eigentlich? Ich brauche immer die Erklärung, um das für mich annehmen zu können. Und deswegen möchte ich das auch gerne hier so für euch weitergeben. Deswegen jetzt die Fragestellung, warum schmeckt das Essen denn besser, wenn wir hungrig sind? Und diese Frage lässt sich eigentlich relativ simpel mit einer biologischen Erklärung beantworten. Und zwar ist es so, dass der Körper nur eine begrenzte Menge oder ein begrenztes Kontingent an Energie und Aufmerksamkeit hat. Und je nachdem, was der Körper gerade benötigt, wird die Aufmerksamkeit und die Energie quasi hinverlegt. Wenn wir also beispielsweise gerade unterzuckert sind, weil wir Hunger haben, dann ist der Körper drauf und dran, alles dafür zu geben, dass wir etwas zu essen bekommen. Das heißt, erstmal werden natürlich Hormone ausgeschüttet, die uns ja, Hunger vermitteln. Und dann wird auch noch dafür gesorgt, dass das Essen, das wir dann essen, besonders gut schmeckt, sodass wir bloß weiter essen, bis wir genug bekommen haben, bis quasi unsere Speicher wieder aufgefüllt sind. Das heißt also, dieser intensive Geschmack ist ja ein Mittel vom Körper oder ein schlauer Schachzug vom Körper, der uns dazu bringt, dass wir essen, bis wir genug Energie bekommen haben. Und dann, wenn wir genug Energie haben, dann wird diese Aufmerksamkeit und die Energie woanders hinverlegt, zum Beispiel auf die Verdauung. Da wird jetzt auch ein bisschen Energie gebraucht. Und somit nehmen wir den Geschmack nicht mehr so sehr wahr, weil der Fokus vom Körper auf etwas anderes gelegt wurde. Soweit so gut zur theoretischen Erklärung hinter diesem Mechanismus. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Konsequenzen ziehe ich aus dieser Erkenntnis? Und da muss ich sagen, da unterscheide ich so ein bisschen zwischen der unachtsamen Bastien und der achtsamen Bastien, denn heute ziehe ich daraus andere Konsequenzen als früher. Obwohl früher, also als ich noch nicht so sehr im achtsamen Essen drin war, war dieser Mechanismus, diese Biologie natürlich auch in meinem Körper vorhanden. Das ist jetzt ja nicht gerade erst entstanden, sondern es war schon immer da. Allerdings habe ich damals andere Konsequenzen daraus gezogen. Früher sah es dann ungefähr so aus, dass ich unbewusst wahrgenommen habe, boah, das Essen schmeckt mir an einigen Zeitpunkten besser als an anderen Zeitpunkten. Und das hat dazu geführt, dass ich immer auf der Suche war nach diesem Geschmackserlebnis, nach dieser Geschmacksexplosion, die dann aber nie wirklich gekommen ist, weil ich dann quasi auf der Suche nach der Qualität mit Quantität geantwortet habe. Also ich wollte dieses leckere Geschmackserlebnis haben und habe dauernd gesucht und deswegen ganz viel gegessen, also Quantität. Das heißt, ich stand in meiner Küche und habe wahllos alles gegessen. Egal, ob es mir geschmeckt hat oder nicht geschmeckt hat. Ja, waren dann teilweise echt nicht so geile Sachen. Das war eher so ein unkontrolliertes vor mir hinessen, weil irgendwas unbewusst nach etwas gesucht hat in mir. Wahrscheinlich nach dieser Geschmackserfüllung. Und dadurch, dass ich aber nie wirklich mal hungrig war, weil ich dauerhaft gegessen habe, hat mir das Essen natürlich auch zu keinem Zeitpunkt besser geschmeckt. Das war also die Konsequenz, die ich daraus gezogen habe. Ich habe verdammt viel mehr gegessen. Heute ist es jetzt zum Glück, und da kann ich mit Stolz drüber sprechen, nicht mehr so. Es ist ehrlich gesagt genau das Gegenteil. Ich bin mir jetzt bewusst, dass ich einfach Momente in meinem Leben habe, wo mir das Essen besser schmeckt. Und zwar dann, wenn ich einen angenehmen Hunger habe. Und ich sage hier bewusst angenehm. Es geht nicht darum, einen Extremhunger zu haben. Denn wenn man richtig Extremhunger hat, dann übernehmen die Hormone quasi die Kontrolle und du isst auch einfach nur noch wahllos. Also es geht darum, einen angenehmen Hunger zu haben, wo du noch Herr der Lage bist und noch die Kontrolle hast. Und dann schmeckt das Essen halt echt richtig gut. Und ich gehe inzwischen richtig sorgsam mit diesem Moment um. Also das heißt, ich probiere diesen Moment nicht zu verschwenden. In der Umsetzung heißt das etwa Folgendes. Erstens, ich warte mit dem Essen ab, bis ich wirklich hungrig bin. Das heißt, ich probiere möglichst nur dann zu essen, wenn ich körperlich das Gefühl habe, ja, jetzt bin ich hungrig. Und ja, jetzt würde mir das Essen wahrscheinlich auch am besten schmecken. Wenn man immer auf einem Level bleibt, also immer so leicht gesättigt, dann wird man das wohl nicht erleben. Deswegen probiere ich wirklich nur dann zu essen, wenn ich hungrig bin einmal, weil das natürlich auch Sinn macht, ja, mit seinem Grundbedarf und dass man wieder zurück zu seinem gesunden Körpergewicht kommt und so weiter. Aber unabhängig davon schmeckt das Essen auch einfach viel besser. Und das ist auch schon ein riesiges Argument. Zweitens wähle ich meine Nahrung inzwischen wirklich sehr bewusst aus. Das war früher auch nicht. Früher habe ich, wie gesagt, wahllos gegessen von der Pizza aus der Mikrowelle bis hin zu ich weiß nicht was. Also wirklich Dinge, die echt nicht geschmeckt haben, wirklich gar nicht. Und es ging mir nur darum, irgendwas in meinem Magen zu haben, irgendwas zu essen. Und da bin ich inzwischen wirklich sehr, sehr pingelig geworden, dass ich beim Einkaufen schon aufpasse, was ich da einkaufe. Wirklich, dass es eine gute Qualität hat, dass es geschmacksintensiv ist. Dann koche ich inzwischen auch wirklich sehr, sehr gerne und liebe es neue Rezepte auszuprobieren. Ja, also ich bin so ein richtiger Foodie geworden. Ja, dass ich einfach darauf achte, dass es wirklich schmeckt, was ich esse, damit dieser Moment nicht verschwendet ist. Denn wenn ich dann mal Hunger habe und es jetzt wirklich lecker wäre und ich dann etwas esse, was ich gar nicht so cool finde, dann wäre das für mich in dem Moment einfach Verschwendung. Deshalb achte ich inzwischen wirklich auf die Qualität meiner Lebensmittel. Der dritte Punkt ist, dass ich dann natürlich auch bewusst esse. Das geht Richtung achtsames Essen, was ich hier schon öfter mal vorgestellt habe, dass ich natürlich ja dem Essen dann alle Aufmerksamkeit schenke, dass ich nichts nebenbei mache, dass ich genieße, mir Zeit lasse, ausführlich kaue und so weiter. Aber da dürftet ihr inzwischen, wenn ihr die anderen Folgen schon gehört habt, schon einiges an Input haben. Das setze ich natürlich auch um. Und dann der vierte Punkt ist, dass ich dann auch wirklich aufhöre zu essen, sobald dieses intensive Geschmacksempfinden abklingt und die Sättigung sich einstellt. Denn wenn ich jetzt viel, viel weiter noch darüber hinaus essen würde, würde es natürlich auch viel länger dauern, bis ich wieder einen leichten Hunger habe und das Essen viel intensiver für mich schmeckt. Das heißt, es wäre irgendwie auch eine verschwendete Möglichkeit, etwas so richtig, richtig Leckeres zu essen und das auch als so richtig lecker zu empfinden, wie es tatsächlich auch ist. Also nochmal zusammengefasst. Die Erkenntnis, dass man oder dass Sachen leckere schmecken, wenn man hungrig ist, ist jetzt nicht so weltenbewegend. Aber das, was ich daraus für mich nehme und was ihr auch daraus für euch nehmen könnt, ist echt dann doch ziemlich, ziemlich groß. Denn mein Ernährungsverhalten hat sich so wirklich verändert. Ich bin echt ein absoluter Feinschmecker und Essensliebhaber geworden, was früher gar nicht so war. Also ich konnte das immer nie verstehen, wenn jemand gesagt hat, das mag ich nicht, weil das gab es in meiner Welt nicht. Ich habe einfach alles gegessen. Ich habe nicht hinterfragt, ob ich es mag oder nicht mag. Wenn es Essen gab, habe ich das gegessen. Punkt. Inzwischen ist es halt wirklich so, wenn mir etwas nicht so richtig schmeckt, dann lasse ich das liegen, weil es wäre sonst Verschwendung von diesem kleinen Bereich, in dem mir das Essen so richtig gut schmeckt. Das heißt, ich lasse es liegen für etwas anderes, was mir wirklich richtig gut schmeckt. Ich bin richtig picky geworden, richtig kleinlich. Aber ich finde das schön. Ich finde das richtig schön, weil ich dadurch auch das Gefühl habe, dass ich mir selbst etwas Gutes tue. Während die meisten Ansätze in Sachen Ernährung eher dahin gehen, dass man im Verzicht lebt, dass man entbehren muss, dass man diszipliniert sein muss. Doch wenn man das Ganze jetzt angeht mit der Herangehensweise des achtsamen Essens, auch in Bezug auf die Qualität, dann isst man unterm Strich wahrscheinlich auch weniger. Aber nicht, weil man etwas, ja, weil man sich etwas verbietet, also nicht aus diesem Mangel heraus, sondern weil man etwas für sich haben möchte, weil man sich selbst etwas schenkt. Und diese Herangehensweise ist so, so, so viel schöner, finde ich, und so viel effektiver, weil ich nicht das Gefühl habe, ja, etwas entbehren zu müssen und somit auch durchaus das Gefühl habe, ja, Mann, das will ich so für immer durchziehen, weil ich habe ja davon etwas. Das ist ja etwas Gutes für mich. Und deswegen wollte ich heute unbedingt diesen recht simplen, aber trotzdem tollen Gedanken oder diese tolle Erkenntnis mit euch teilen, in der Hoffnung, dass ihr vielleicht auch mal diese Sichtweise betrachtet und mit diesem Gefühl an das Thema Ernährung geht. Ihr wollt euch selbst etwas Gutes tun. Also achtet darauf, dass ihr wirklich dann isst, wenn es euch am meisten bringt. Und verschwendet nicht diese Phasen, in denen das Essen so richtig, richtig toll schmeckt. Ich hoffe, dass dieser Blickwinkel euch, ja, einen neuen Blickwinkel eröffnen konnte und dass ihr das für euch mitnehmen könnt und mal umsetzt und vielleicht schaut, dass das auch das Richtige für euch ist und vielleicht steckt in euch ja auch ein richtiger Feinschmecker. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, der Podcast euch vielleicht auch generell gefällt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das hilft mir sehr, dass der Podcast sichtbarer wird und vielleicht auch vielen anderen Leuten noch hilft. Deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine kleine Bewertung dalassen könntet und den Podcast auch abonniert. Das würde mir sehr viel bedeuten. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge.